Die optimale Wärmedämmung entscheidet maßgeblich über Lebensdauer und Nachhaltigkeit eines Gebäudes. Insulbar, das Original-Wärmedämmprofil von Ensinger, hat die thermische Trennung von Metallfenstern, Türen und Fassaden weltweit revolutioniert. Die Insulbar-Profile hier sind für mich das Herz eines Fensters. Sie halten das Fenster zusammen, sie bestimmen die Stabilität und auch die Isolationswirkung. Mein Vater hatte dann die Idee, Profile aus Polyamid CX-6 zu extrudieren und mechanisch einzurollen in diese Fassaden. Insulbar ist interessant für alle, die sich mit Gebäudetechnologie respektive thermischer Dämmung beschäftigen. Das können Architekten sein, Hausbesitzer, Projektentwickler, aber im Wesentlichen für uns sind das vor allem unsere Kunden. Und unsere Kunden stellen Metallfenster her, vor allem Aluminiumfenster. Unsere Profile haben sehr, sehr komplexe Geometrien und werden mit sehr engen Toleranzen ausgeführt und ermöglichen dadurch ein Maximum an thermischer Dämmung und mechanischer Festigkeit bei einem sehr, sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Insulbar-Extrusionstechnologie ist eine sehr spezielle, die wir erfunden haben. Sie sichert dem Kunden diese herausragenden Eigenschaften von Festigkeit und thermischer Isolation. Und dieses spezielle Verfahren ist auf der Außenoberfläche sichtbar. Und durch diese sichtbaren Zeichen der Technologie kann unser Kunde immer sicher sein, dass er das Original kauft und keine Kuppen. 50 Jahre Erfahrung, Kompetenz und Innovationskraft stehen hinter Ensinger. Das macht das deutsche Unternehmen als einen der führenden Hersteller von Wärmedämmprofilen zu einem vertrauenswürdigen Partner für Systemhäuser und Fensterbauer. Am Produktionsstandort in Deutschland entwickelt das in zweiter Generation inhabergeführte Familienunternehmen wegweisende Innovationen, die den Industriestandard immer wieder neu definieren. Und genau das macht das Original Insulbar-Wärmedämmprofil aus. Kompromisslose deutsche Qualität, hohe fachliche Kompetenz und großes handwerkliches Können. Die Spezialisten von Ensinger begleiten den Kunden während des gesamten Entwicklungsprozesses, von der Werkstoffdefinition über die Konstruktion des Profildesigns bis hin zur Produktion, als kompetente Partner und mit einem durchdachten Logistikmanagement sorgt Ensinger dafür, dass die Isolierprofile wie geplant und just in time ankommen. Made in Germany, aus meiner Sicht, bedeutet auf der einen Seite Hightech und auf der anderen Seite Zuverlässigkeit. Beide sind Elemente, die ganz wichtig sind für dieses Produkt. Insulbar hatte schon immer die maßgeschneiderten Lösungen für die individuellen Kundenwünsche. Wir haben das Produkt erfunden und seit 40 Jahren weiterentwickelt. Und wir sind stolz und froh, sagen zu können, dass wir immer noch nicht fertig sind mit dieser Entwicklung. Wenn Sie nach einem Wärmedämmprofil zur effektiven thermischen Trennung von Metallfenstern, Türen oder Fassaden suchen, bietet Ihnen Ensinger mit Insulbar eine rundum optimale Lösung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017